Sauwetter, es ist kalt und ich friere. Ich glaube, ich brauche einen neuen Pullover. Natürlich könnte ich in den Laden gehen, mir einen kaufen. Aber ich habe eine Idee. Da vorne und ein Mann, der Schafe hat. Und wenn man Pullover braucht, braucht man Wolle. Und die Wolle kommt von den Schafen. Mal sehen, ob er für mich eins schert. So, da sind wir, da wohnt er, da sind die Schafe. Mal gucken, was alles notwendig ist. Bis so ein Pullover fertig ist, kann ja nicht so schwierig sein. Das ist der Herr Wilmes, der war sofort bereit, mir die Wolle von einem Schaf zu geben. Mit einem Griff hat er das Schaf bereit und dann ist es fertig zum Scheren. Das Abschneiden der Wolle tut den Schafen übrigens nicht weh. So wenig wie euch das Haarschneiden. Es ist sogar notwendig, wenn man denen die Wolle nicht abschneidet, dann schubbeln die sich selber ab. An Büschen oder Bäumen. Jedenfalls, die Wolle müssen die Schafe irgendwie loswerden. Und dann war mein Schaf nackt. Natürlich habe ich mich bedankt und gesagt, vielen Dank, dass ich deine Wolle haben darf und gutes Nachwachsen. Und dann habe ich noch was erfahren. Der Herr Wilmes hat gesagt, die Wolle vom Bauch können wir nicht verwenden. Sie können nur die nehmen vom Rücken und von den Seiten. Prima, habe ich gesagt. Die Wolle habe ich ja jetzt. Jetzt muss ich nur noch einen finden, der mir da draußen Pullover macht. Also Wolle hätte ich jetzt. Wie? Deutsche Wolle verarbeiten Sie gar nicht. Und warum? Die ist für Pullover einfach zu grob, erfahre ich. An der Strippe habe ich eine Wollkämmerei, denn die Wolle muss als erstes gewaschen und gekämmt werden. Woher kommt die? Oh Gott! Soll ich euch mal sagen, wo die Wolle für Pullover in Deutschland herkommt? Aus Australien. Da unten ist Australien. Da muss die Wolle erst auf ein Schiff geladen werden. Und dann fährt das Schiff an Neuginea vorbei. Dann durch die indonesischen Inseln. Dann durch den indischen Ozean. An Indien vorbei. Dann schließlich durchs Rote Meer. Durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik. 21.896 Kilometer ist das Schiff um die halbe Welt unterwegs, bis es in Hamburg landet. Und um das Schiff mit der Wolle für meinen Pullover einzufangen, mussten wir nochmal 425 Kilometer nach Hamburg fahren. Da war original Pulloverwetter. Und bei diesem Wetter kam ein Schiff. Aber nicht nur dieses. In Hamburg kommen wahnsinnig viele Schiffe an. Wie findet man ein Schiff, auf dem Wolle aus Australien ist? Kein Problem, man fährt nach Willkommhöft. Da werden alle Schiffe, die einlaufen, begrüßt. Willkommen in Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Und bei der Begrüßung wird nicht nur gesagt, wo das Schiff herkommt, sondern auch, was das Schiff geladen hat. Und jetzt mussten wir aufpassen auf einen einzigen wichtigen Satz. Einen Satz, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Achtung, jetzt! Eine Partie Wolle aus Australien für Hamburg übernommen. Da war die Wolle aus Australien. Und wir hinterher in den Hafen. Und da wurde das Schiff abgeladen. Und dann hatten wir schließlich einen Container, in dem von der Partie Wolle was drin war. Den jetzt bloß nicht aus den Augen verlieren. Und der wurde auf den Eisenbahnwagen geladen. Und dann fuhr der Zug ab. Wie haben wir gesagt? Bleibt die Wolle nicht hier in Hamburg. Nö, nö, die geht weiter. Nach Bremen. Wie nach Bremen? Wohin denn? Schnell, Adresse. Landrat Christianstraße. Also wir in den Bus und nix wie hinterher nach Bremen. Wieder 110 Kilometer auf der Autobahn. Und dann haben wir es gerade noch geschafft, wie der Zug auf dem Fabrikhof der Bremer Wollkämmerei ankam. Es gibt übrigens in ganz Deutschland nur noch zwei Wollkämmereien. So, abladen. Und beim Abladen gibt es einen Trick. Weil die Wolle so lange unterwegs war, kann die quellen. Und wenn man da nicht aufpasst, fliegt einem die Tür vor den Kopf. Deswegen fahren die mit dem Gabelstabler davor, dass die Tür nicht aufspringen kann. Und dass man den gefahrlos aufmachen kann. Was? Das soll Wolle sein? Diese viereckigen Dinger? Haben die in Australien nur viereckige Schafe? Nee, nee, da können sie sich drauf verlassen. Das ist beste australische Wolle. Nur zusammengepresst. Wann geht es denn nun weiter mit meinem Pullover, habe ich gefragt. Tja, heute nicht mehr ist schließlich Wochenende. Blüht mir nichts anderes übrig, als rumzupfen wie ein Känguru. Und als es mir dadurch auch nicht wärmer wurde, bin ich im Bus gesprungen. Und gesagt, sie muss mir ein Bett suchen. Nächste Woche geht es weiter mit meinem Pullover. Könnt euch drauf verlassen. Bis dahin muss ich halt noch ein bisschen frieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.